Herzlich willkommen bei VideoWissen. Den aufmerksamen Zuschauerinnen und Zuschauer von Urknall, Weltall und das Leben ist bekannt, dass es ja eine Lehrerfortbildung im Haus der Astronomie in Heidelberg gab, die von der Wilhelm und Else Herreus Stiftung gefördert wurde. Bei dieser Veranstaltung wurden die Vorträge der Reifpreisgewinner 2022 gehalten. Marlene Otto von der Astronomischen Gesellschaft Greiz hat vorgetragen über Mikrometeoridenjagd Was fällt uns auf den Kopf? Viel Spaß dabei! Und Köpfe einsehen! Dann möchte ich mich auch noch mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Marlene Otto. Ich bin dieses Jahr 18 Jahre alt geworden und komme aus Greiz, mache derzeit noch mein Abitur und vertrete heute die Astronomische Gesellschaft Greiz, in der ich seit 2014 Mitglied bin. Und ja, wie kam es denn überhaupt zu der Idee, Mikrometeoriten in Greiz zu sammeln und wie bin ich denn darüber auch überhaupt gekommen? 2019 kam ein Mitglied des Vereins auf mich zu und meinte, ja, schau mal Marlene, Mikrometeoriten, das Thema ist noch gar nicht so weit erforscht. Und vor allem auch in Stadtgebieten Mikrometeoriten zu finden, ist gar nicht so leicht. Und dann habe ich mir die Herausforderung gestellt und habe gesagt, dann werde ich das doch mal versuchen und habe dann angefangen, Mikrometeorite auf dem Dach der Sternwarte zu sammeln. Aber erst mal ganz kurz vorab, was sind denn überhaupt Mikrometeorite? Denn ich bin mir nicht so sicher, ob von Ihnen, ob alle von Ihnen so mit dem Thema bekannt sind. Also ein Mikrometeorit ist, ich sage mal, ein kleiner Besteinskörper, der sich eben durch die perfekte, runde Form auszeichnet, die man hier eben auch sehr gut sehen kann. Und die sind kleiner als ein Millimeter und sind halt aber auch mit dem bloßen Auge nicht sichtbar. Also man kann die wirklich nur unter einem Auflichtmikroskop beziehungsweise auch unter einem ganz einfachen Amateurmikroskop sehen. Aber Mikrometeorite muss man auch ganz klar von anthropogenen Signaturen abdrinnen. Das sind dann eben Reste von Feuerwerkskörpern oder andere Reste, die man dann einfach beim Sammeln von Mikrometeoriten halt mitfindet. Hier können Sie zum Beispiel mal ein Beispiel davon sehen, wie ich auch unter dem Mikroskop gefunden habe. Wo ich mir dann eben die Herausforderung gestellt habe, Mikrometeorite in Kreitz zu sammeln, ging es dann eben an die Frage, wie, wo und praktisch wie kann der Aufbau überhaupt davon geschehen. Ich habe mir dann eben das Dach der Sternwarte in Kreitz ausgesucht, denn die Astronomische Gesellschaft hat auch einen Astrogarten in Kreitz. Und da haben wir eben auch eine Sternwarte mit einem sehr großen Dach und das hat sich sehr gut dafür geeignet. Als ich dann eben auf das Dach der Sternwarte gestoßen bin, ging es dann halt auch darum, wie kann ich denn die Mikrometeorite dann überhaupt sammeln. Und dafür habe ich dann die Dachrinnenanlage umgebaut, wie Sie hier einmal sehen können, und habe dann an den tiefsten Punkt von der Dachrinnenanlage eine Decke mit Neodymagneten geklebt. Denn Mikrometeorite haben einen sehr, sehr hohen Eisenanteil und die Neodymagnete haben dann praktisch die Mikrometeorite immer angezogen. Diesen Verschluss können Sie hier auch nochmal sehr gut sehen. Als ich dann die Dachrinnenanlage so weit umgebaut hatte, ging es dann daran, wie kann ich die denn dann so sammeln, dass die dann halt da auch genau eben sich dort sammeln. Dafür habe ich dann nochmal hier, das kann man sehr gut sehen, nochmal einen kleinen Foliebeutel rangehangen. Denn als ich dann immer 14-tägig das Dach abgespült habe, um eben die Mikrometeorite zu sammeln, hätten die sich natürlich dann hier an dem ganzen Verschluss gesammelt. Und wenn ich dann einfach den Deckel aufgemacht hätte, wäre mir natürlich das ganze Wasser einmal so entgegengekommen und das wollte ich nicht. Deswegen war da nochmal eben dieser kleine Foliebeutel, sodass ich den dann ganz gut entnehmen konnte und dann eben die Proben mit nach Hause nehmen konnte. Als ich dann eben das ganze Wasser in einer kleinen Dose eben hatte, habe ich dann mit ganz einfachen Methoden, wie man denn das so sich alltäglich denken könnte, einen Kaffeefilter genommen, eine Kaffeekanne und dann da das ganze Wasser einmal durchlaufen lassen, sodass ich dann eben diese groben Teile, was alles noch damit so kommt. Also manchmal hatte ich Bienen einfach mit in meinen Proben drin oder einmal war auch ein großer Käfer mit dabei. Und das will ich natürlich alles nicht unter dem Mikroskop untersuchen. Und dadurch habe ich das dann eben nochmal gefiltert und habe dann auch nochmal diesen Kaffeefilter 14 Tage ungefähr trocknen lassen. Als ich dann eben die trockene Probe dann soweit fertig hatte, dass ich sie unter dem Mikroskop untersuchen konnte, bin ich auch nochmal mit Neodymagneten unter der Probe unter einem kleinen Glas eben drüber gegangen, sodass ich einmal die anthropogenen Signaturen, die ich nicht untersuchen wollte, auf der einen Seite hatte und eben die Mikrometeorite auf der anderen Seite und habe die dann eben unter dem Mikroskop untersucht. Hier können Sie einmal ein Beispiel von einer Probe sehen. Das ist die Probe vom 30.04.2019, denn ich habe 2019 mit der ganzen Untersuchung angefangen und habe die bis jetzt 2023 fortgeführt und die wird auch definitiv noch weiter fortgeführt. Genau, ich habe dann eben die ganzen Proben einmal unter dem Mikroskop untersucht und das hat wirklich sehr viel Zeit in Anspruch genommen, denn selbst unter dem Mikroskop ist es manchmal schwer, die Mikrometeorite zu finden, aber es ist definitiv machbar und man muss sich einfach dafür sehr viel Zeit nehmen und man muss aber auch gleichzeitig sehr viel Engagement dafür haben und darf definitiv nicht die Lust daran verlieren, wenn man mal vielleicht nicht so gute Ergebnisse hat, denn das ist auch manchmal bei mir der Fall gewesen. 2019 habe ich dann 59 Mikrometeorite tatsächlich gefunden und ich habe die Abschnitte immer ungefähr so gelegt, dass ich ungefähr von April bis, ich sage mal, ungefähr immer September, Oktober eben sammeln konnte, denn in den Wintermonaten war es dann einfach auch mit der Wasserversorgung in der Sternwarte nicht mehr möglich, dass ich da dann eben meine Proben sammeln konnte. 2020 habe ich dann 52 Mikrometeorite gefunden und 2021 54 und 2022 49. Und da ich aber noch ein bisschen mehr über die Mikrometeorite herausfinden wollte, als eben nur welche zu finden und zu bestimmen und zu wissen, ah ja, das sind Mikrometeorite, bin ich dann nochmal ins Fraunhofer-Institut nach Jena gefahren, das mir freundlicherweise von dem Schülerforschungszentrum Gera vermittelt wurde und habe dann zwei Proben dort unter dem Raster-Elektronen-Mikroskop untersuchen lassen. Und bei der einen Probe, wie hier bei der Probe MM1, wurde nur auf der Oberfläche untersucht, aber hier bei der Probe MM2 kam es eben durch den Austritt des flüssigen Kerns, während der Mikrometeorite eben in die Erdatmosphäre eingetreten ist, zu diesem großen Austrittsloch und auch gleichzeitig zu der Deformierung dann bei dem Aufprall auf der Erde. Und da konnte ich dann eben ein bisschen mehr in das Innere schauen und da wurde dann eben da der Elektronenstrahl hingeschossen. Und Sie können sich das Raster-Elektronen-Mikroskop einfach so vorstellen, da wird einfach die Probe mit einem Elektronenstrahl beschossen und die Elemente geben dann eben Energie in Form von Röntgenstrahlung frei und so kann man dann eben mehr Ausschluss über die chemische Zusammensetzung von diesen Mikrometeoriten bekommen. Und da war dann natürlich ganz klar zu sehen, dass beide Mikrometeorite einen sehr, sehr hohen Eisenanteil nachweisen, denn es handelt sich natürlich auch hier bei Eisenmikrometeoriten und somit wurde dann auch nochmal meine These unterstützt, dass ich eben Eisenmikrometeorite im Stadtgebiet in Kreis gefunden habe, was mich persönlich sehr, sehr stolz gemacht hat. Und was mich auch noch sehr stolz gemacht hat, dass die astronomische Gesellschaft mich in dieser Hinsicht immer so unterstützt hat, auch wenn ich halt mal nicht so gute Erfolge hatte, wie man zum Beispiel 2022 sehen konnte, dass ich da nur 49 Mikrometeorite gefunden habe. Und halt auch in der Hinsicht, dass ich das Projekt von 2019 an bis jetzt, also über vier Jahre eben fortgeführt habe und dabei nicht nur 2020 in dem Bereich Geo- und Raumwissenschaften in Jugend forscht einen ersten Platz im Regionalwettbewerb erlangt habe, sondern auch 2021 und ich damit auch meine Seminarfacharbeit geschrieben habe, denn ich denke, Sie wissen alle, dass es in jedem Bundesland beim Abitur der Fall ist, dass man eine Facharbeit beziehungsweise eine Seminarfacharbeit schreibt und das ist eben auch Thema meiner Seminarfacharbeit. Und da bin ich sehr, 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 sehr dankbar darüber, dass ich in dieser Hinsicht da immer so gut unterstützt wurde und mit dem Preisgeld wurde zum Beispiel ein neues Auflichtmikroskop gekauft, denn bisher habe ich das immer bloß aus Jena ausgeliehen gehabt und habe dann mir mit dem Preisgeld ein eigenes Auflichtmikroskop kaufen können und kann dann somit auch jetzt nach Abschluss meines Abiturs dann in meinem Physikstudium, was ich hoffentlich dann im Oktober nächsten Jahres beginnen werde, dann weiter an Mikrometeoriten noch neben dem Studium forschen und kann somit auch hoffentlich dann im Masterabschluss vielleicht noch irgendwie die Mikrometeorite wird weiter anbringen und freue mich immer weiter noch irgendwie interessante Untersuchungen zu bekommen und noch mehr über die Mikrometeorite zu erfahren. Ja, dann nochmal vielen lieben Dank, dass Sie mir so gut zugehört haben. Vielen Dank.